Der 1. FC Kölner hat Interesse an Emanuel Peray, dem Mann von Eintracht Braunschweig. Der Spieler besitzt seinen Vertrag bis 2024, hat dabei eine Ausstiegspause, einen sechsstelligen Bereich, so ist der also auch bezahlbar für die Kölner, für den 21-Jährigen. Sie wollen ihn ganz gerne haben, man darf da gespannt sein, was passiert. Ciao, ciao!